Wir sollten jetzt nicht in so'n großen Abstand laufen. Ich geh auch gerade ganz müde zu Fuß. Oh, Bären. Külze! Was denn? Was rennst du mir jetzt schon? Renner zu der Höhle. Was ist das hier? Findest du's oder nicht? Sag mal! Davon gerade ein Stein! Hast du noch gesehen. Ja, quetschen wir uns mal durch. Ja. Ja. Oh, ich hab'n Leck. Boah. Fertig. Fertig geleckt. Einmal. Was noch hier? Boah, Mann. Warte mal, Scholli. Hä? Was ist denn hier? Koffer? Ich hab' auch schon draufgekommen. Das sieht nix. Ja, da hat man nicht mehr Müller mal. Boah, ich hör's schon mal lachen. Ich hab' auch schon mal lachen. Ich hab' gesagt, ich bin ganz zahm. Aua! Hey! Aua! Hey! Mal. Ja, aber das müssen, keine Ahnung, Flugbegleiter oder was weiß ich. Oh. Ich geb' mir erstmal kurz die Leichen hier an, dass meine Passagierliste immer voll gemacht wird. So, jetzt steht sogar, da haben wir echt'n Platz, die Hacken. Hey, woran siehst'n das? Äh, an der Seite unten wird's aufgenommen. Boah, Schnauze, Junge! Bei mir wird das gar nicht aufgenommen. Lass' mal die Sachen für Dings. Nehmen wir nur den Stoff raus. Das kann sie haben. Guck, ein Tenderspielzeug. Wo? Ja, gleich vorne. Oh, guck mal. Können wir das gleich zusammenbauen? Was ist jetzt ein Fuß oder sowas? Äh, wo haben wir die Titel? Kaputte Spielzeug. Kann man zusammenbauen? Stimmt! Cool. Yeah, Teebi Spielzeug! Yeah! Guck mal, Teebi, ich hab' einen Roboter, du nicht. Genau. Überhaupt nicht. Das ist meiner! Oh, hier ist noch mehr Geld, Alter! Nächster Passagier, Platz 7 Beserski. Hä, woran siehst'n das? Ja, unten in der Liste. Oh, hast du die Passagierliste nicht mit dir im Osten Flugzeug? Nö. Glaub nicht. Pff, da brauch' ich die Wunder, wenn du die nicht aktualisiert. Na egal. Alte Pistole, Teil 2 von 8. Oh, ich brauch' langweilige Batterien. Na ja, wird's kürzlich. Oh. Äh. Entschuldigung, ich muss gleich da oben gehen. Ja, ja. Ich höre was dickes. Dickes. Und nicht das in meiner Hose, oder? Nein. Das Bild. Das Bild vom Loch. Boah, ist das ne Co-Bild. Das Bild? Auch ein Bild. Warte, wo war ein Bild? Warte, wo war ein Bild? Das lag auf dem Boden. Ah, da. Hast du's mit auch schon? Warte. Ja. Warte. Ja, geh mal auf den Rückweg halt. Wirst ja eh hier wieder raus. Hör den Co... Ja, da hinten ist er doch. Alter, Mr. Bubble hat mich erwischt. Aua. Aua. Ich hab keine Arschlüsse gesehen. Aua. Aua, Mann. Egal. Alter, er trampelt auch noch einmal auf dem Boden, das war's denn. Mika, kann ich auch mal drauf fahren, er steht da schon mal da. Dann nur noch für die Ziele. Ich kann da runter. Ah, weiße. Ja. Schalig, wahr. Komm, bitte runter. So, helfen wir denen auch. Ui. Der Komel ist echt ein eckiger Gegner. Vor allem, wenn du da noch Kalibaren oder sowas dabei hast. Mhm. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass es hier damals einen Komel gab. Ich mich auch nicht, aber ist es anscheinend so. So, hier runter. Ja, ja, warte, ich will mich hin, kurz noch, schnell. Wow. Ich will mir den Helm angucken, klasse. Kupone, ja. Ey, was ist denn hier? Noch eine Taschenlampe. So. Ja, ist die gleiche Taschenlampe. Ja, vielleicht mal die eh eine Taschenlampe, die findet man halt die nächste. Tschüss. Oh. Hier war alles. Hungrig, fehlen da was zu essen. Wir haben aber Snickers dabei. Snickers. Leckere Snickers. Wöschte Marsch. Hier, jetzt haben wir da runter. Ja, richtig so. Und hier ist das Kreuz. Du, Kreuz. Ja, liegt hier vorne. Oh, zeig mal. Hier, irgendwo. Liegt das Kreuz. Joop. So, und hier ist die Tauerausrüstung. Tauerausrüstung. Yeah. Hier. Da sind wir, tauchen jetzt. Ja, können wir raustauchen. Erstmal fett zwei Snickers vergessen. So, wie ist die Tauerausrüstung? Das ist was du guckst. Also mach ich meine Taschenlampe schon mal aus. Ach. Hauptsache, der Dingslufttank reicht, ne? Der dann auch noch in dem Lack. Ja, der ist ja voll aufgefüllt. Weil es ja schneller schwimmen wird. Ach, stimmt. Also, aussehen tut es ja echt mega geil. Ja. Oh, die Dähten sind Babys. Oh, na. Ich höre schon mal laut. Was? Nehmen Sie dann noch eine Taucherfläche? jetzt noch trinkt trinken falls du brauchst ich muss aber kurz ein paar und kann man sich das next trinken flaschen der praktik wird mir gerade im wasser kalt mittel in der höhle sind diese arsch kalt da war ein stein jetzt kann man noch schnell schon gerade in kotters nicht ich glaube jetzt kommen die taugers kristen wir ausziehen ich glaube ja oder das ist jetzt aber nicht der ausgang für das ende oder ich habe keine ahnung wo wir hinkommen das ist der ausgang für das ende oder ach nee hier sind die doch hier noch am beten und so ach ja genau hier sind wir nene ist nicht das ausgang für das ende wir haben seit gebetet bevor sie alle jemalig verreckt sind hier ist noch ein bild hier ist eine rostige axt rostige axt erstmal hier für mein fotoalbum hier sind das mal kurz an eine bibel so wie kommen wir jetzt wieder raus müssen wir wieder das wasser es ging ja irgendwo raus es ging ja irgendwo raus hier noch ein verziehen kannister braucht keiner mehr hier sind wir nicht bei der taugersorgung zurückgegangen ist ich weiß auch dass man hier irgendwie wieder rauskommt irgendwie ja hier unten jetzt weiter und ich weiß schon dass die Gamer gleich mir dann wieder auf den Sack gehen die was so hier video dreht nur ich nein dann zeige ich mir wieder die stelle da und da weißt du da hast du gesungen hier kommst du kommst du wieder raus und alle damals bei mir uhr das hat das ist die Schilder einhergeben laut da die Zerstörung ist das Problem zu leuchten aber mehr wird trotzdem nicht damit auch wollen es ist ein auch jetzt müssen wir nicht mehr tauchen das war auch hier und muss haben wir dann deine Folge beenden oder weiß ich nicht, ich werde einfach und da kann ich ja beenden hier ist kalt es ist kalt ein Foto unter mir aaaah da ist was zum absprengen juhu aber es sieht auch aus wie schon mal wie es auszieht oh hat der Kopf sag mir nicht, wie müssen wir jetzt den anziehen was, nein, doch da unten geht es weiter, ja boah, also den anziehen Entschuldigung, Alter ich habe nichts für doch ja, kannst du machen, kannst auch wieder anziehen das ist nicht toll ich habe doch keine Ahnung mehr dir ist kalt und du bist nass nein ich konnte das noch passieren, wenn ich es mir kalt und nass ist unter wasser echtes bau ein feuer um dich zu wärmen ja klar, mach ich mal eben unter wasser ey, ich wollte mal, ich will mal biefe ich will mal biefe ich will mal biefe hier kommst du wieder raus ey, wenn wir jetzt im loch sind richtig, ah ne, kann doch nicht sein ne, ne ah ne, wir sind im teich drin ja ja so, und jetzt können wir zur kletterachs ja, in der nächsten Folge bei mir zumindest nein, das ist das ja alles so, jetzt ziehe ich aber die Tauchausrüstung raus ey, jetzt müssen wir die rostige Axt sehen ey, mein Event ist so voll gescheffert wo ist mal der rostige Axt? das blockiert hat die auf maximum und das Schaden ist auch nicht so schlecht aber die von der modernen Axt ist dann doch schon ein bisschen besser ja, ich weiß ich hab jetzt so viel Äxte bekannt gemacht ne Keule ne Keule ne moderne Axt ne rostige Axt ne Flugzeug Axt ich geh schon mal weiter zu dem Dings dahin, ne so, ich sag jetzt tschüss von meiner Seite, von meiner Folge und wir sehen uns gleich in den nächsten bis bald bis bald bis dahin so, weiter geht's mein Charakter zittert, warum auch immer irgendwie auf Entzug oder sowas Geht mit rauchen ja, weiß ich nicht mir ist nicht, mir ist nicht kalt oder sowas aber der zittert also meinem geht's gut was denn? Angst? ich weiss nicht ja, wenn ich die Schneelandschaft dann sehe, kriege ich auch Angst Leuch 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 Wehm auch kurz ins Buch rein, damit wir das Buch nicht aufm darf geht dann gleich noch die dritte, äh die zweite Höhle und dann kaum noch die dritte Höhle, worauf wir rein müssen und nicht die Höhle oder doch? naja, jetzt für für die Kletteraxe und danach für den Bogen und So sind die Folgen erstmal Höhlen-Tour. Und dann gibt es wieder Baufolgen, also nicht mehr wissen, was wir bauen. Ja, dann gibt es wieder 50 Baufolgen, was ist denn? Gar nicht. Nein, ein paar aber. Die Höhle weiter hinten war das, ne? Da, wo ich drin bin. Ja, toll. Wo bist du reingegangen? Das ist jetzt gerade das Problem. Ja, da wo ihr seid, ist die falsche. Echt? Ja. Ja, das kommt davon, weil du wieder vorrennst. Da hast du dich niemals. Nein, nein, nein. Seht ihr mich? Seht ihr mich? Seht ihr mich? Ich kann ja mal versuchen, an dir vorbeizufallen. Scheiße! Funktioniert wirklich? Ja, hat geklappt. Bis da. Warte. Ich will nicht dieses Bilden. Okay, man kann doch nicht mehr dran überlaufen, wie man das noch üben. Nein, kann man nicht mehr. Habe ich auch schon getestet, erfolgreich. Ja, ich weiß. Du wirst nicht so tief, ne? Ne. Ich hab da noch überlebt. Oh, also was trinken. Flickers nehmen, die Taschen aber ausrüsten und sich mehr beruhigen. Bis zu schnell unten. Bis zu schnell unten. Bis zu schnell unten, genau. Hat mir auch eine eigene Medizin gekostet. Warum ist da unten Sonnenlicht? Ja, so nüt. Mehr schickt und so. Die Sonne geht von unten auf. Ja? Hey, unten Sonnenlicht. Kann man ja mal machen. So, äh, zack. Vielleicht scheint die Sonne dir ja ausm Arsch. Soll ich jetzt irgendwas zu essen dabei? Ja, Snickers. Zehn Stück. Ne, dann Fleisch. Ne. Okay. Ich hab noch mal Fleisch. Eins. Oh, dutzende Babys. Oh, warte. Ich will das sehen. Ich brauch das für die Aufnahme. Okay. Kauerausrüfung. Oh, nicht Toten. Was? Ich brauch die Lebendigen. Oh, ich brauch die Lebendigen. Oh, mit dem Generator unter Wasser. Das hab ich auch schon gefragt. Ist das nicht so, dass wir das kleine Stück auch so nicht tauchen hätte können? Aber man sieht ja nichts. Was sind Babys, wo? Alter! Du bist zu Behinderung zum Werfen, Alter! Hey! Ich hab doch an Webes getrauschen, was hast du denn? Wie? Mich hat sich O-Metal-Fleder, wie geht denn das? Keine Ahnung! Wie kann mich das hier O-Metal-Fleder hören? Ich wollte schon die Babys treffen und diesmal alles versplädert. Oh, ey! Mich hat ungehauen. Ich hab davon nicht viel gesehen. Ich speichere mal hier unten. Hier ist der Benzinkanister für die Dings. Ah, speichern ist eine gute Idee mal wieder. Jaja. Ah, fallen die roten Kanister auf für die Kettensäge. Na gut, hab ich voll.